Die Unterwasserwelt ist grenzenlos. Das sollte dein Tauchcomputer auch sein. Der Aladin A2 von ScubaPro. Er setzt Maßstäbe mit seiner Ausstattung und Funktionen. Entwickelt für fortgeschrittene und technische Taucher. Die gesamte Power des Tauchcomputers in einem modernen, schlichten Design. Elegant und doch funktionell. Bequem am Handgelenk zu tragen. Du wirst ihn nicht mehr ablegen wollen. Hybrides Matrix Display. Große Ziffern für ein leichtes Ablesen unter Wasser. Intuitive Menüführung. Einfach zu bedienen, leicht zu verstehen. Mit einfacher 4-Tasten-Steuerung. Voll ausgestattet für die Nutzung an der Oberfläche mit vollständiger Uhrenfunktion für den alltäglichen Gebrauch. Erweiterter Sportmodus für sportspezifische Funktionen wie Schwimmzugzähler, Aktivitätszähler und Stockuhr. 6 Tauchmodi. Scuba. Gauge. Apnea. Side Mount. CCR. Trimix. Schlauchlose Luftintegration. Kann mit mehreren Sendern umgehen und bietet die tatsächlich verbleibende Grundzeit je nach Atemleistung. Vorausplanender Multigasalgorithmus ZHL16ADTMB zur Nutzung von 8 Gasen im Tauchmodus und 2 Transmittern im CCR-Modus. Intelligente Technologie. Erfassung der Herzfrequenz und Hauttemperatur, die zusammen mit der Atemleistung in die Dekompressionsberechnung einfließen kann. Digitaler neigungsfähiger 3D-Kompass für einfache Navigation über und unter Wasser. Mit Hilfe von Mikroblasenstufen kann der Konservatismus des Algorithmus an deinen Erfahrungsstand, dein Alter und deine körperliche Verfassung angepasst werden. PDIS berechnet einen Zwischenstopp basierend auf der N2-Belastung, dem aktuellen und vorherigen Tauchgang und den Atemgasen für ein sicheres Tauchen. Kabellose Verbindung. Über die Bluetooth-LI-Schnittstelle kannst du den A2 ganz einfach mit deinem PC, Mac, Android oder iPhone synchronisieren, um Daten herunterzuladen und vieles mehr. Der Aladin A2 hat alles, was sich ein fortgeschrittener Taucher wünscht und all das, was ein technischer Taucher braucht. Egal wo und wie du tauchst, der A2 ist bereit, dich zu begleiten.